herzlich willkommen zu einem weiteren video aus meiner reihe fotografieren mit dem smartphone und video aus dem vorgehen wie du schon weißt arbeiten hier mit android app camera mx eine gratis app du kannst aber das was wir hier machen panorama aufnahme in dem fall geht sie hier darum auch mit anderen apps die diese möglichkeit dann wahrscheinlich bieten dann auch machen empfehlen tut sich kann man mich vor allem für einsteigerinnen einsteiger und ein einsteiger video in grundlagen video habe ich dir in der playlist angeführt und auch in der video beschreibung also schaut es an wenn du da interesse an dieser app hast jetzt geht zum panorama aufnahmen hier oben habe ich eine panorama aufnahme schon hineingegeben und man sieht dann vielleicht hast du das irgendwo mitbekommen wie das jemand gemacht hat man stellt sich hin und hat dann die möglichkeit das gesamte umgebung als man dreht sich dann entweder waagrecht oder senkrecht dreht man die kamera dann und kriegt eine viel größeren ausschnitt aus deiner umgebung kannst du damit fotografieren in dem fall habe ich mich hier im kreis gedreht und hab dann die ganze umgebung dann hier mit fotografiert wie geht das jetzt mit kamera mx bei kamera mx geht man um diese möglichkeit auswählen zu können geht man hier auf diese drei punkte ich habe das hier unten dargestellt dann kriegt man hier drei möglichkeiten eingepläne da hat man hier diese panorama funktion und dann wird man wenn man da drauf klickt praktisch dann schritt für schritt durchgeleitet man muss die kamera dann vorsichtig horizontal bewegen und die kamera macht aus diesen vielen einzelnen fotos die sie da eben dann abfotografiert macht sie dann ein gesamtes foto und die diese fotos übereinander dass es dann ausschaut das wäre es eben ein foto damit das ganze dann besonders geschickt abläuft könnte man zum beispiel das handy eine tasse stellen wenn man dann wirklich schön dann waagerecht dieses handy dann führen kann ohne dass man verwackelt und bei kamera mx ist eben so ein horizontales panorama möglich leider kein vertikales panorama bei etwas noch anspruchsvolleren kamera apps und ja also geht es dann darum das einmal auszuprobieren sind schon coole aufnahmen wenn man da so die ganze umgebung auf einem einzigen foto dann abbilden kann vielleicht noch ein letzter tipp pass auf dass du nicht so schnell deine kamera bewegst weil sonst kameramix unter umständen schwierigkeiten hat also ganz ruhig und schön langsam so wie es dir die app dann vorgibt da wirst du schritt für schritt durchgeführt dass du diese aufnahme dann dementsprechend machen kannst ja und es geht dann letztlich darum dass du das natürlich selber mal ausprobiert mache ein horizontales panorama mit deinem smartphone suchte einen bereich der dann vielleicht besonders spannend ist es kann sogar spannend seine im zimmer ein panorama zu machen wenn man sich dann auf einem drehstuhl befindet und sich dann langsam dreht dann kann man das gesamte arbeitszimmer dann in einem horizontalen panorama darstellen und man hat dann praktisch vor sich neben sich hinter sich das gesamte arbeitszimmer dann abgebildet oder küche oder welcher raum auch immer ja viel spaß mit dem panorama aufnahme und wir sehen uns dann verlässlich wieder beim nächsten video aus meiner reihe fotografieren mit dem smartphone